Ich fahr eben unten, aber bin dann von oben gesprungen. Ich glaube, dieses Level dieser Nachtlicht kann so viel Sinn, oder ich hab irgendwas vergessen, aber... Wenn man sich das Ganze mal aufzeichnen würde, ich glaube... ... dann macht es keinen Sinn, dass ich jetzt auch mal so weit oben bin. Na gut, egal. Da will ich einen Doppelsprung machen. Ich komm trotzdem nicht ran! Ihr Schweine! Warum nicht? Na gut, dann nicht. Na gut, diesen Sprung werde ich nicht wagen. Oder gibt's da unten eine Plattform? Einmal guck ich nochmal. Einmal will ich's nochmal schauen. Wenn ich aber nur zu blöd war. Na los, komm, beeil dich. Da bin ich durch... Und jetzt schau ich mal, gibt's hier eine Platz... Aaaah, was mache ich denn? Och man! Es ist doch nicht so schwer erschienen zu bleiben, oder? Oder? Wieder runter... Tha! Ach komm Heil dich mal ein bisschen aus, alter Mann Jetzt einfach nur warten dass deine Plattform kommt Die aber nicht kommt Warum denn nicht? Also weit komme ich nicht, ne? Egal Dann Diese drei extra Versuche totaler Quatsch Und ich werde doch den rechten Weg nehmen Nun gut, nun gut Okay, jetzt habe ich oben eine Plattform Wäre dir die Plattform da bei Nuke besser gefallen Bei Nuken aber Na ja Was kann ich hier machen? Schau mal hier oben, was ist Ich glaube ich sterbe, oder nicht? Ist hier irgendwas zu sehen? Ein geheimes Gebiet Wunderbar Mh, doppelte Schaden Ich hau mich alle weg Das ist doch Und Teleporter schon wieder Aua Mh, ich schau hier erstmal da unten rein, oder? Bevor ich mir irgendwas übersehe Guck ich erstmal, was es hier unten zu holen gibt Mh, nichts Schön Na gut, hätte ich mal sparen können den Weg Da oben komme ich nicht rauf Vielleicht so? Ja Ja Und ja Da ist Energie für mich Kann nie genug Energie haben Müsst du wissen Gut Hier gehe ich jetzt irgendwo Oh, blöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hmm, wonder what this does. Das war falsch. So viele Möglichkeiten gibt es da eigentlich nicht, oder? Mit drei verschiedenen Buttons. Das war falsch. Ich probiere an den, dann den, dann den. Auch nicht. Dann will ich zuerst grün, blau, rot. Das war doch schön. Und hat auch gar nicht lange gedauert. Aha. Da wird man nicht reinfallen. Ich glaube, das endet sehr, sehr schmerzhaft. Und tödlich. Wobei, hier oben komme ich doch lang? Jetzt will ich da irgendwas holen. Hier ist ein nicht besonders gut versteckter Nukon. Na, komm da runter! Oh. 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 Saft... Oh. Oh... W... Das hat wie ... Hm... Das hat sogar sehr weh. Kann nicht hier noch irgendwas? Nee. Geh ich halt hier oben lang, nimm die Leiter noch nicht, sondern lass mal diese Hexe hier weg. Und sie auch. Okay, eine Plattform. Die Brücke wurde etwas verlängert. Super. Hilf mir da schon weiter? Ich denke nicht. Wo bin ich denn jetzt? Äh, okay. Die Brücke wurde wieder etwas verlängert. Schön. Ich weiß auch nicht welche Brücke, aber... Was bin ich denn jetzt hier? Oh mein Gott. Oh Gott. Äh, ah. Komm schon. Das wollte ich. Komm ich da nicht rauf? Mhm. Wo führt ihr mich denn hin? Ah, in den Tod. Okay. K�iht ihr euch das Zulu開bottet? Ja. Hm, 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 hm. Ich gehe hier wieder runter. Wow. Ist das schlau? Oh, komm schon! Immer diese Feuer, das ist doch wirklich nicht nett Hier ist nichts weiter Nun gut Hier nochmal rüber Aber hier gibt's auch nichts mehr Ah Wo laufe ich jetzt auch nicht lang? Kriegen wir das irgendwas? Nein, jetzt bringen wir den Tod Ah! So... Gehe ich hier zurück oder hier rein? Hier rein, von zurück ist ja quatsch Okay... Interessant... Munition... Und gleich drei Nuke Die ich doch alle sehr gerne mitnehme Sieh noch was? Nö! Einmal im Kreis laufen, das tut gut Und dann hier rein Hm... Und jetzt verlängere ich die Brücke nochmal Nein, ich... Okay... Hab ein Lichtschild deaktiviert Hm, hm, hm... War das hier unten? Ich glaube ja, ne? Na, und dann... Ja, schön, schön Jetzt verlängere ich die Brücke ein letztes Mal Aber wo ist denn diese Brücke überhaupt? Das gilt es jetzt rauszufinden Hm... War die hier? Hm... Hm... Wirklich, wirklich Aber... Anscheinend nicht Will ich hier mal runter? Ah! Okay... Super! Super! Oh, bumm... Das hat sich ja auch fast gelohnt Ähm, hier sind wieder... Die lustigen bunten Farben, aber... Nee, hier bin ich falsch Ich nehme mal in die andere Richtung Wenn ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt hin muss bis... Bis zum nächsten Mal.